Herzlich Willkommen! Ich stelle Ihnen heute unser Messe-Highlight auf der ISH 2019 vor, unser Kludi Cockpit Discovery. Intuitive Bedienung und Ergonomie sind zwei der wesentlichen Merkmale des Kludi Cockpit Discovery. Die Bedienelemente sind vorne im 40-Grad-Winkel angeordnet. Ich kann es mit beiden Händen erreichen. Das wäre komplizierter, wenn sich die Griffe links oder rechts an der Armatur befinden oder oben oder gerade davor. Am einfachsten ist es in dieser Anordnung. Ich kann also mit meiner Führhand die Kopfbrause bedienen, schließen, auf die Handbrause umstellen. Gleichzeitig sind die Griffe so angeordnet, dass nicht nur die Piktogramme sehr gut zu sehen sind, sondern dass sie auch von Jung und Alt besonders gut erreicht und bedient werden können. Wir haben hier besondere Liebe ins Detail gelegt. Das Design dieses Produktes und jeder einzelne Komponente ist aufeinander abgestimmt. Wir haben diese 40-Grad-Umlaufende Kante auch bei der Hand, bei der Kopfbrause und auch bei dem Wandhalter. Die Ablagefläche, viele vermissen Stauraum in ihrem Badezimmer und wir bieten hier einfach eine Möglichkeit, zusätzlich Dinge abzulegen. An dieser Station würde ich Ihnen gerne die Hochwertigkeit unserer verwendeten Materialien präsentieren. Beispielsweise die Funktionseinheit besteht aus massiven bearbeiteten Messing. Wir haben Regeleinheiten und einen Umsteller verbaut, die ebenfalls aus Messing sind. Die Unterschale ist ebenfalls aus Metall und die hochwertige Ablage aus Aluminium. Damit das Aluminium nicht korrodiert, erhält es eine hochwertige KTL-Beschichtung und als Finish dann zusätzlich eine Pulverbeschichtung. Ich gehe eine Station weiter. Hier kann ich Ihnen perfekt, auf perfekte Art und Weise die Form, die ergonomische Form der Kopfbrause präsentieren. Nämlich, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, die Kopfbrause nicht rund zu gestalten, sondern rechteckig. Weil die rechteckige Form der Kopfbrause viel mehr der Ansicht eines menschlichen Körpers von oben entspricht. So viel in aller Kürze zu unserem Messe-Highlight, dem CluDi Cockpit Discovery. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind ebenso begeistert von dem Produkt wie wir. Und würden sich in nächster Zeit in Ihrer Nähe live von dem Produkt selber überzeugen. Vielen Dank!